Also yo, sagt uns, ob ihr davon mehr sehen wollt. Ich würde das jetzt mal hier improvisieren. Ich ging da jetzt nicht so gut drin. Ja, also du hast doch da diese Sohlen. Die musst du halt genau da... Ne, das sieht gefährlich aus. Schon weiter in die Kanten so rein, dass du da richtig Sicherheit hast. Das war keine Sicherheit.